Möchtest du noch mal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Psst. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Merda, ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Auf geht's. Die Barcher sind da. So klingeln die also an. Das sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflogen ist. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wald. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la Vitoria. Insieme. Insieme. Ich habe den Scheiß erst repariert, verdammt. Bin ich. Wir machen alles wieder krass. Ich bin der Leiter. Ich bin der Leiter. Ich bin der Leiter. أ Herr Auditor, Gott sei Dank, wir müssen Sie aufhalten, bis die Bürger geflohen sind. Vernichtet Ihre Kanonen, Signores! Wollt, der war los! Was glaubst du, die Rasse für einen Macher? Alle Staten, von der Familie, von Sternen! Das ist noch fertig. Was ist die Brüder? Es ist schon los! Nachgang, nachgang, auf! Er ist tot, Signore! Was ist denn da? Könnt ihr euch mal vereinen? Oh oh, das wird eng, das wird verflügt eng. Hallo? Ich kann doch weiter drehen. Einige Bürger konnten noch nicht drehen! Ja, schau! Wo kommen die scheiße Türme hier? Okay. Okay. Am besten links rum anfangen und dann weiter nach rechts rollen. Das ist mir noch nie passiert, dass ich hier gescheitert bin. Hallo? Obwohl das hackt. Signore Auditor, Gott sei Dank! Wir müssen Sie aufhalten, bis die Bürger vernichtet Ihre Kanonen, Signore! Was? Halt's auf? Boah, Alter! Boah, Alter! Boah! Boah! Boah, Alter! Boah! 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 Wenn Sie die Mauern durchbrechen, werden wir alles sterben! Meine Familie will sterben! Mach die Hände, die Bürger, schon mal! Er ist tot, Signore! Ich bin zu langsam! Das war ein bisschen schneller! Einige Bürger konnten noch nicht fliegen! Mach weiter! Scheiße! Fast alle Einwohner sind außerhalb der Mauer! Was ist denn da? Komm schon! Machen wir's jetzt! Wir haben sie gerettet! Ja! Soldaten erklimmen die Mauern! Vergesst die Kanone! Ihr müsst sie aufhalten! Geht! Ich mache hier weiter! Hallo! Niemand wird verschockt! Niemand wird verschockt! Hallo! Schatz! 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 Eiffel! Los! Los! Ich habe ihn gefunden, da! Runter, Hoth! Sie drücken durch das Tor! Ich weiß, ihr seid da, Ezio! Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft! Und davon! Gebt mir die Büchse von seinem Freund! Es gab zu viel Blutvergießen! Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht! So nehmt dies als Einladung von meiner Familie! Anheuer! 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 Bastard! Ich kann gehen! Vorsicht! Da kommen sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! So kann ich nicht kämpfen! Steht mir bei! Ja! 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 Äh, hallo? Ach komm schon! Zeig, was du drauf hast! Seelix! Tja! 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 Entgreift ihn! Tja! Hab ihn gefunden! Da! Die haben sich mit den Falschen angelegt! Ihr wolltet euch gerade noch verpissen, Großmäuner. Ezio! Geh in den Altarraum! Folgt mir! Aua! Hallo! Ich will das schon nicht so machen! Oh! 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 So lang! So lang! Ezio! Ich wird sie aufhalten! Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio! Noch nicht! Wohin führt dieser Weg? Nach Norden! Vor die Mauer! Wenn überrascht, dass es ihn gibt! Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Schnell, Ezio! Wo ist Mutter? Ist sie wohl auf? Ich bin hier, Ezio! Grazie a Dio! Wir konnten nicht ohne dich gehen! Der Weg wird sehr gefährlich! Beschütze Mutter! Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten! Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot! Ihr müsst von hier verschwinden! Bring Mutter nach Firenze! Bringt mir ein Pferd! Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma! Geh, mein Sohn! Vernichte sie! Doch vergiss nicht, für wen wir Assassinen kämpfen! Geh! Sei! Wir liegen Pferd! Seine Pfaffee! Untertitelung des ZDF, 2020